Was geht ab, ihr Geinser? Willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer. Weiter geht's mit der PDW-E. Laser markiere natürlich drauf. Und ein... Magazinerweiterung brauchen wir nicht. Das Magazin ist eh schon recht groß. Das ergibt irgendwie dann null Sinn, wie ich finde. Die hatte ich ja schon 50 Kugeln oder so. Und daher machen wir schnell ziehen. Ja, schnell ziehen ist doch eine recht gute Sache. Ein bisschen schneller ziehen. Ja, warum denn ich? Ja. Ja, ja. Was bekommen wir? Nuketown. Und zwar Hardcore oder normal oder welcher Modus oder was auch immer. Oder keine Ahnung. Ausstellung. Ausstellung und normal cool. Und ich habe meine Sessische FBS. Das ist doch super schön. Hey, 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 hey. Was für ein Sound, Alter. War ich manchmal von mir, weil ich nicht mehr feuerlisch? Leergeschossen. Noch ein Kill gemacht. Hätte ich echt nicht gedacht. Ich dachte, ich werde dann gleich sofort gefickt. Vielleicht du bist leer geschossen? Moment. Dein Ernst? Dann sollen sie doch wieder gehen. Das könnte ich denn noch mit der Armbrust sein. Ich glaube es auch. Ich glaube es auch jetzt. Ich glaube es hackt. Mann. Ich hätte gerne den Typen nur an. Aber die Kill mache ich nicht. Denn ich will nicht. Böse. Alter, kippisch. Der Typ mit den Ziviren. Mann. Fuck low, Bob. Ambrust böse. Da hat jemand wirklich einen Lose sein. Ich raff es nicht. 20-Jährige. 20-Jährige. Da treibt es auch irgendwie, keine Ahnung. 25-Jährige. 25-Jährige. Hijacked only. Oder was? Sagst du? Scheint so, ne? Der Typ mit einer Armbrust geht mir langsam richtig hart auf die Eier. Der trifft auf mit dem Scheiß. Weißt du, wenn ich diese Scheiße in der Hand habe, ey, treffe ich gar nichts. Aber die ganze Zeit... Klöte, 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 klöte. Die ganze Zeit. Ja, wieder. Jetzt kommt wieder so ein Spastik mit seiner Schiefer, alter Mann. Irgendwie die PDW verzieht. Ich schieße irgendwie. Keine Ahnung. Okay, jetzt schießt du nochmal, komischerweise. Aber irgendwie, nur wenn ich laufe und re... Aber ich schieße irgendwie, keine Ahnung. Ich schieße irgendwie komisch. Was macht er denn hier? Total ein... Oh, schütt, 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 teilen oder was? Richtig geiler Typ. Oh, 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 oh. Au. Ach, die spawnen wieder auf der anderen Seite. Boah, ey. Immer wenn ich einmal durchgekommen bin, irgendwie... Dann spawnen die immer auf der anderen Seite. Danke, dass du mich blockst. Find ich, find ich richtig geil. Danke. Weißt du? Ich hab's gern irgendwie, wenn neben mir was explodiert, irgendwie, besonders so ein Armbrus. Äh, ich find das geil. Find ich richtig geil. Darauf steh ich total. Das gefällt mir. Auf jeden Fall. Ja, der anal Mr. Fucker, ey. Mit deinem Claymore-Einerscheiß. Das ist doch echt der geilste Kräger. Was haben wir? Die ganze Zeit sterben wir und manke... Sterben wir und manke... Und manchmal sterben wir und manke ein Kräger. Und manchmal schieße ich einfach auf den Typ und der stirbt nicht. Also auch geil. Nun ist die PDW total scheiße. Ich weiß nicht warum. Ich hab lieber die MP7. Die MP7 ist präzise und macht Schaden. Aber die PDW macht... Ist ein bisschen präzise, hat ordentlich viel Munition, aber macht einen Schaden und gar nicht. Kommt mir jedenfalls zuvor, dass sie gar keinen Schaden macht. Ich weiß nicht. Macht mir nicht so viel Damage, ey. Mann, Mann, Mann. Mann, 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 Mann. Boah, jetzt werde ich doch von Snyder gekillt, ey. Was machen wir da hinten? Was läuft denn da die ganze Zeit hinterher, ey, wie so eine kleine Pissratte? Mann, ey. Habt ihr den Arsch offen, oder wat? Was war denn hier los? Huuu, da muss ich rum. Alter, Moment. Oh Mann, ich glaube, ich muss gleich irgendwie eine Aufnahmepause machen, oder so. Keine Ahnung. Das geht mir echt hart auf die Arme, ey. Ohne Witz. Das geht echt gar nicht mehr, Chlor. Erledigt, Vorrücken. Ich habe Schützer erledigt, Vorrücken. Hatten viel gemacht. Binder, nachladen. Achtung, feindliche Vorräte unterwegs. Vorräte unterwegs. Ich komme nicht klar mit der Waffe. Ich komme nicht klar mit der Waffe. Oh toll, ich kann kein Blitzschlag aktivieren. Oh toll, ich werde von hinten gekült. Oh toll, 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 super. Wunderbar. Mal schauen. Okay. Noch einmal. Und ich sterbe. Halt. Ich muss doch nachladen, Junge. Lass mich doch mal bitte so viel Zeit. Das wäre doch nur zu fair, ne? Das wäre doch nur fair. Mein Lenkrad muss sich wieder nach rechts drehen. Wie so ein Koppel, ey, Mann. Was? Alter. Hier wird auch gerade einer. Irgendwann ist da einer. Am Zaun da. Egal. Stellung identifiziert. Mann ey, die Jungs. Weiter haben die Stellung erobert. Einmal kurz angehört, ey. Und dann war es das, oder was? Okay. Tja. Also da zu. Ganz viel da zu. Ohne Nähe. Stellung abgerichtet. Darup, 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 darup. Kommt der Drohne näher. Leergeschossen. So, jetzt bin ich hier am Zug. Bütches. Alter, was die aushalten und was die mir dann auf einmal geben, ey. Guck dir das an. Jumpt einmal hoch und gibt mir sofort. Stellung umkennen. Schütze ausgeschaltet. Mann, 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 Mann. Verbündete Drohne nähert sich. Stellung umkämpft. Ah, die spawnen schon wieder auf der anderen Seite. Ja. Ja. Stellung identifizieren. Stellung umkämpft. Kaboond. Antakiller Drohne eingesetzt. Verbündete Konterdrohne nähert. Abschuss bestätigt. Gegenmaßnahmen aktiv. Einfach down. Stellung umkämpft. Okay, halt einfach down. Koordinaten für Blitzschlag erwartet Koordinaten. Kein Blitzschlag. Scheiße. Ich ja älter. Wir gewinnen diesen Kampf. Immer weiter kämpfen. Wir liegen vor. Was sponnt ich schon wieder auf der anderen Seite, oder wie? Boah, da muss ich schon wieder rüberlaufen. Ich bin die ganze Zeit nur am rüberlaufen. Guck mal, da sponnt hier jemand. Verbündete Konterdrohne nähert sich. Das ist aber schon wieder tot scheinbar. Boah. Stellung identifiziert. Ich hab keine Munition mehr. Scheiße. Ich bin viel zu lange am Leben. Womit? Boah. Das ist gar harm. Das ist ja mega geil, würde ich sagen. Halt, halt. Ich hasse Granaten. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Stellung gehört uns. Mann, ey. Stellung umher. Stellung umher. Von hinten, von hinten, von hinten. Konter Drohne nähert sich. War irgendein Analwetter wieder hinter mir. Drohne nähert sich. Was haben wir? 43, 26. Gut gekämpft. Zeit, die Bezahlung zu kassieren. Ja, gib mal her die Bezahlung. Mann, Mann, Mann. Was war denn das für ein Schluck Luder, ey? Naja, als jemand 48-14, ey, der ist ja total crushed, der Typ, ne? Naja, auf jeden Fall, wenn ich hier erstmal diesen Part beenden und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer-Haut-Rangificker.